hallo und herzlich willkommen auf meinem neuen youtube kanal entweder du bist ein alter abonnent und freust dich wieder auf bald kommende videos oder du bist ein neuer abonnent und fragst dich was du auf diesem kanal sehen kannst und falls du mich noch nicht kennst ich heiße simba und bin bekannt dafür dass mein youtube kanal gesperrt wird denn dieses lange nicht mein erster kanal auf einem alten kanal habe ich bisher war hochgeladen natürlich wird sich das von neuen kanal ändern wenn ich nur war auch noch andere projekte allerdings bin ich auf zwei dieser projekte sehr stolz möchte diese für euch auch noch zugänglich machen und zwar will aber auch hier und lucky baro dies ist der grund warum ich diese die uploaden werde leute und herzlich willkommen zu bilo baro 4 maul mann sehr gut sehr gut ich renne ihm hinterher ich glaube ich habe einen kill ja ich habe einen kill mann ich seh ihn 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 ich kill ihn ja mann 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 ja er will schwert er will schwert ich brenne brenne weg der fire is back Ich geh weg um. Ich hab ihn gehintet. Boastlam, Boastlam. Ja, Boastlam. Geht drauf. Renn weg. Sterbe. Nice! Achtung, Forward hinten, Forward hinten. Nice! Achtung, er kommt. Geht drauf, geht drauf mit Schwert. Ja. Yes! Wir haben auch gewonnen! Nein, haben wir nicht. Und zwar ab dem 11.01. kommt um 16 Uhr jeweils eine Folge Willowarro 4 und um 18 Uhr eine Folge Lucky Barro 1 und erst jeden Tag bis die Projekte vorbei sind. Und falls ihr diese Projekte natürlich schon gesehen habt, weil ihr ein alter Abonnent seid, könnt ihr sie ja eventuell nochmal schauen oder auf neue Videos warten. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal.